was geht ab Leute sehen Sie wieder mit einer neuen Folge Let's Play Tia Way Unfolded so dann schauen wir doch mal wo wir uns denn momentan befinden in irgendeiner Art Höhle oder sowas keine Ahnung so zack Oh oh! Äh, okay, ja gut. Aha, aha, aha. Aha. Kann ich denn damit irgendwas machen? Hä? Wo ist denn diese komische Ziehharmoniker gefallen? Da gehts weiter. Ja, Hundi. Ist gut. Da sterbe ich ja, ja. Da bin ich tot. Ich sehe die Ziehharmoniker nicht. Wenn ihr sie seht, schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Vielleicht bringt es mir dann immer noch irgendwas auch, wenn ich es nicht glaube. Ähm, weil bis die Folge hochgeladen ist, ist das Spiel schon lange rum. Ähm, dum 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 dum. Dann laufen wir doch einfach mal weiter. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt wurde ich auch gefressen. Äh, das ist zumindest mein Geschenk. Hier. Äh. Äh. Lalalalalalalala. Wui. Jota, da bist du ja. Oh, fast hätte ich euch verloren. Schau, wo ich gelandet bin. Oh. Oh, das ist nicht gut. Ich dachte, ich höre nie, wie die Geschichte ausgeht. Doch ich sag dir eins. Hier unten sind massig Schnipsel. Alle unterwegs in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Die halten sich gar nicht an das Skript. Das gefällt mir nicht. Aber sieh mal, was du rausfindest. Na, dann schauen wir mal. Ich versuche meinen Cousin, das mächtige Erdmännchen. Er ist eine Legende, aber dort ist es sehr gefährlich. Kannst du mich bitte hintragen? Ich hoffe nicht weiter. Eine kleine Hütte. Kannst mich auch absetzen, aber verliere nicht deine Briefmarke. Sonst müssen wir von vorne anfangen. Dann probieren wir es halt nochmal. Zack. Boom. Zack. Boom. Ja gut. Du hast deine Briefmarke verloren. Ich bin weg. Alter, du bist dich. Ja gut. Ich bin weg. Das war's für heute. Oh, tschüss. Nyaa, 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 nyaa. Holy light. Na 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 na. Jaa, nyaa. Boom. Wo geht's da wohl weiter? Das alles wäre ein guter Ort, dann ein bisschen Spaß zu haben. Aber wir können nicht so in der Frühspiel. Könntest du ihn für unseren Kurier? Na gut. und... cried alexander you denn doch die Welt zu Ende geht es nicht, dass wir keinen Spaß haben können. Spielen wir Fußball! Yeah! Weißt du nicht, was das mit Fußball zu tun hat, aber gut. Mein Ball! Ja! Glaube ich noch nicht wieder, haha! 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 Und ihr denkt, die Geschichte erzählt vom guten Iota! Aber möchte ich! Ja! 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 Oh. Wieso kleine Pflanze? Ich habe doch gesagt, dass ich jemanden um dieses Chaos kennen würde. Ich habe doch gesagt, dass ich das Chaos nicht verletze. Uh-huh. Hopp. Hopp. Zick. Heeeh? Uhh? Ho, ho ho. Okay. Waaahhh Hä, warum trage ich denn diese scheiß Knöpfe? Hilfe, sie stehen in unsere Prototyp-Tasten, unsere jahrelange Forschung. Du musst erst das Wasser aufhalten, bevor du sie folgen kannst, schnell bevor sie hinkommen. Wie soll ich das Wasser aufhalten? 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 Hm. Hä, hier ist ja nichts mehr zum Schießen. Da oben hat es nur einen Knopf. Ja! So gut gemacht. Ja, da oben haben wir gerade gehört. Die nächste Seite ist nicht weg. Aber die meisten sind nicht weg. Aber die sind nicht weg. Die sind nicht weg. Die sind nicht weg. Sie sind durch das Abfußrohr entkommen. Oh nein. Geronimo. Oh. Nein. Ah, die Nase läuft schon wieder scheiße. Scheißen Drecke. Juhu. Oh Mann. Juhu. 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 Die Schlüssel zu stellen ist noch vorstehen alle unsere Produktkasten und für unsere Wissenschaftler. Sie müssen sie benutzen, um etwas zu bauen. Sie haben uns verfolgen durch den Abfußrohr geschleppt. Sie sollten sie verfolgen, aber ich bin ja kein Wissenschaftler, kein Nölforscher. Madame Geronimo. Oh Mann. Juhu. Hop. 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 Ich bin unwürdig. Himmel. Oh Mann. Und... Blup! No! Geschickt ausgewichelt. Die Kreaturen haben uns in die Dunkelheit gestürzt. Lasst ihr nicht den Menschen beleuchteten Weg vor uns. Hä? Kreiere eine Flamme. Viel besser. Jetzt sind der Herrbringer des Lichts. Was haben sie denn vor? Oh! So. Oh! Ich habe ja nichts dazu zu pusten. Sieh mich an, ich bin das mächtige Hörnchen des versteckten Bergs. Was? Klautene Hörnchen mächtig sein. Hm. Wo war ich? Ja. Wer weiß es, dass du meinen Schatz verdienst? Lass mich die Macht des Wesens spülen, die den Boden erzittern lässt. Was? 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 Toll, vielleicht bin ich schon mal gesehen. Hopp, hopp, ah! Und jetzt? Geht doch! Und jetzt? Wow, stimmt wirklich! Hier habe ich meine gut gemachte Abenteuer! Du hast dich bewiesen! Nimm den Preis! Hier! Und jetzt? Ähm, gut, das war wohl nicht der Weg! Hm... Gut, das war wohl nicht der Weg! Gut, das war wohl nicht der Weg! Das war wohl nicht der Weg! Das war wohl nicht der Weg! Gut, das war wohl nicht der Weg! Irgendwie muss ich da durchkommen! Die Frage ist nur, Wie komme ich da durch ohne mein Puste-Teil? Ich habe echt so das Gefühl, ich werde nur kurz oder lang vielleicht wieder zurück müssen! Ich werde nur das Puste-Teil holen! Ich werde nur noch nicht der Weg gehen! Ich werde nur noch nicht der Weg gehen! Und dann? Ich werde nur noch nicht der Weg gehen! Wuuu! 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 ha bam so macht man nicht anders hehh 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 Ah. Sie haben mich gezogen, um unsere Tasten auf diese Schienen zu laden. Sie bauen etwas am anderen Ende. Oh, sie hätten auch ein kleines, pässiges Ziel in einem Käfig. Ich glaube, sein Name war Mongo. Nein! Flippin' das hin. Oh. Auf geht's. Oh. 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 so Oh! Deis, Aris! Eh? Ne, von der komm ich doch. Irgendwie muss ich hier irgendwas... Ah. Weeeeee! Oh. Oh, oh, oh. Bye. Ups. Oh, voll mit dem Kopf gegen gebrennert. Ich muss mich mal kurz konzentraten. Okay, schon erledigt. Was ist das? Ich bin ein Verkleidiger. Ich konnte abhaben und mich verstecken, aber da sind hunderten Schnäpsel. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich bin nur im Verstecken gut und im Dividieren. Ich bin ein Verkleidiger. 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 Ah. Ah. Ich weiß, es ist so bleib, dass ich aus dem Feuer habe. Ja. 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 Was? Ich habe verschwunden. Was? Ja. 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 Ab. Mongo. Ich rette dich. Nicht so. Ich komme. Auch nicht so. Auch nicht so. Ich komme. Auch nicht so. oh wow ja 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 Was ist das? Und tschüss. Und tschüss. Und da kommen wir her. Kali, Nero, mit Sambrero. Nein. Ja. 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 So, jetzt komm her, kleine Monser, komm her. Ja, brav, oder? Na ja, gut, an dieser Stelle machen wir mal Schluss mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, lassen dann noch um, na, und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, let's play, tier away and bold, bis dann, wenn ich euch viel Spaß und hau rein, ciao.